Und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video der Köln-Map. Ja, letztes Wochenende war ja der Endless-Stream, wo ich ja unter anderem auch an Köln gebaut habe. Und wer den Stream verpasst hat, den gibt es ja leider nicht zum Anschauen wegen den ganzen Song-Requests. Das ist leider nicht möglich. Für den gibt es hier ein kleines Update-Video. Ja, wir sind hier am Hauptbahnhof Messe Deutz. Hier hat sich noch nicht viel getan. Hier ab Zweig Ehrenfeld ist immer noch so, wie er aussieht. Aber hier nach oben ging es weiter. Köln-Nippes wurde ein bisschen umgebaut. Dann haben wir hier oben mit einem kleinen Zwischenhalt. Und hier habe ich angefangen. Hier habe ich ein altes Google Maps Bild gehabt. Und zwar war ja hier früher der Köln-Nippes-Güterbahnhof, den es ja so nicht mehr gibt. Und ich hatte, wie gesagt, ein altes Google Maps Bild. Da wurden hier noch diese Abstellgleise mir angezeigt. Und dann habe ich mal mein Bild aktualisiert. Ich weiß nicht, warum Google Earth nicht das aktuellste Bild verwendet. Und habe dann gesehen, dass hier ein riesiges ICE-Werk gebaut wurde. Und das wird natürlich auch realisiert. Hier sehen wir schon den neuen Abzweig. Ab hier geht es dann rein. Und das geht bis knapp etwa bis hier. Das heißt, wir haben hier knapp ein Kilometer im Spiel an... Ne, das sind sogar, glaube ich, zwei Kilometer in-Game, was wir an Betriebswerk bauen können. Das wird natürlich sehr geil. Wird auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin noch am planen, ob es vielleicht in der nächsten Zeit noch mal so einen Endless-Stream geben wird. Und falls es euch zuspricht, würde ich da gerne an der Köln-Map weiterbauen. Denn Rhein-Ruhr ist ja so gut wie fast abgeschlossen. Zumindest von den Schienenwegen her. Und weil Köln halt so extrem viel Spaß macht. Weil das Verhältnis zwischen dem Echten und dem Gebauten ist halt fast gleich. Deshalb läuft mir der Bau von der Köln-Map deutlich einfacher von der Hand. Wie zum Beispiel bei der Rhein-Ruhr. Vor allem muss ich hier jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen machen. Und sagen, okay, ich muss jetzt hier einen Bahnsteig oder einen ganzen Bahnhof auslassen. Nein, ich kann hier wirklich jeden einzelnen Bahnhof bauen. Das macht sehr, sehr viel aus. So, dann hier oben habe ich angefangen. Das ist die Haltestelle Köln-Longerich. Ja, ab da hat dann der Stream fast beendet. Besser gesagt, die Leute wollten dann Rhein-Ruhr sehen. Das heißt, ab hier wird dann noch natürlich ein wenig weitergebaut. So, das ist so der nördliche Teil. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Süden. Da wurde ja letztes Mal hier nach Messe Deutsch beendet. Und dann fangen wir hier mit dem ersten S-Bahn halt an. Das wäre, Moment, das wäre die Trimbornstraße. Dann haben wir hier so einen kleinen Schlenker drin. Das heißt, ich habe wirklich versucht, nicht hier einfach nur eine gerade Strecke zu bauen, sondern wirklich diesen Mini-Schlenker, den es da gibt, mit reinzubauen. Dann haben wir hier diese Gleisabstände zwischen den jeweiligen Gleisen, habe ich mit eingebaut. Ich habe schon die Signale gesetzt, logischerweise. Und das ist natürlich jetzt auch ein Vorteil. Ich nehme die Originalposition der Signale. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Signalabstand von, ja, immer so knapp zwischen 700 und 1000 Metern. Also das heißt, fast schon wie in echt. Und nicht so wie auf der Rhein-Rohr-Karte mit 320 Metern, ja, wo teilweise ja noch dann bei einer Doppeltraktion ICE 3 das Heck hinten rausgucken würde. Sondern wir haben hier jetzt wirklich schöne Gleisabstände und auch wirklich originalgetreue Gleisabstände, äh, Gleisabstände, sag ich mal, Signalabstände. Ähm, das macht dann auch deutlich mehr aus, wenn wir dann später mal mit den Zügen mitfahren. Dann haben wir hier, äh, die Güterstrecke, die hier reinkommt. Die geht dann hier über die Unterführung nach Köln-Kalk. Das wird etwa hier sein. Ähm, da habe ich aber noch nicht weitergebaut. Ich habe einfach mal die Unterführungen gebaut, damit ich die Schienstrecken weiterbauen kann. Genau, das hier führt auch nach Köln-Kalk rüber. Aber hier hat der liebe Dremoniaks auch schon ein bisschen ausdekoriert. Hier haben wir das Krem, äh, Kremfelder 3, äh, Kreuz, soweit ich weiß. Ist das das Kremfelder Kreuz? Mit der Kreuzung der A4 mit der A559. Genau. Und hier sehen wir schon leichter, dazu kommen wir gleich. Finde ich auch wirklich sehr schön ausdekoriert. Sowas könnte ich niemals machen. Also ich hätte dann nicht mal, äh, die Zeit dazu, hier solche Parkplätze und alles, äh, hinzusetzen. Also, da bin ich wirklich froh, dass, äh, dass wir dieses Projekt teilen. Und das macht auch wirklich Spaß. Und auch ihm macht es Spaß. Das heißt, er ist nicht irgendwie sauer, dass ich zum Beispiel nur die Schienen baue. Deshalb alles wunderbar. Hier haben wir dann anscheinend ein, äh, kleines Betonmischwert von Dückerhof, heißen die. Ähm, hier hat er mir auch schon leicht die Schienen hingelegt. Die muss ich aber wahrscheinlich nochmal umändern. Weil wie du siehst, äh, der Güterbahnhof ist auf der Höhe, falls du das Video jetzt auch anschaust. Das heißt, da müsste man vielleicht nochmal kooperieren und, äh, ein bisschen die Straßen und alles anpassen. Dann haben wir hier die Weiterführung der A559. Ähm, ich hab dir jetzt hier die Unterführung gebaut. Die hat nämlich noch gefehlt. Dann haben wir hier den Airport Business Park. Einfach auch als kleiner Haltepunkt. Die ganzen Überführungen und Treppen, die dort eingebaut sind, die kommen alle nachträglich. Jetzt hab ich schon fast hier den Abzweig Flughafen Nordwest ausgelassen. Natürlich auch sehr schön ausgerichtet. Hier, äh, die Signale müssen noch ersetzt werden. Das sind noch falsche. Das sind keine KS, sondern normale. Ja, äh, eine sehr, äh, eine große Besonderheit hier. Das Signal steht direkt nach der Weichenzunge. Ich hab keine Ahnung, was das für einen Sinn macht. Aber die haben es damals so gebaut, also bauen wir es auch so. Ist kein Problem. Okay, dann haben wir hier die, die in Abzweig Richtung Flughafen. Der müsste grob gesagt etwa dann hier sein. Gerade wo die ganzen Szenen und alles sind. Ich glaube knapp hier müsste, oder ein bisschen drunter, irgendwo hier, müsste dann der Flughafen sein. Dann fahren wir hier mal weiter. Wir haben hier rechts die Ferngleise und links die S-Bahn-Gleise. Hier haben wir den Güterbahnhof Kremberg. Was, äh, ja, wie soll ich sagen, der hat eigentlich zwei Ablaufberge. Wer sich mit Transportfieber auskennt, Ablaufberge kann man in Transportfieber nicht realisieren. Deshalb würde ich das Ganze wie folgt machen. Äh, ich würde das Ganze eben bauen, so wie hier, und würde da einen Rangierbetrieb einstellen. Das heißt einfach eine Rangierlog, die zwischen dem großen Mittelteil und den jeweiligen Endstücken hin und her pendelt, damit wir ein bisschen Verkehr drauf haben. Ähm, ich möchte auch keine Züge hier in der Mitte enden lassen, sondern, äh, wir haben ja jeweils eine Einfahrgruppe, dann dieses Verteilerstück in der Mitte mit den ganz vielen Gleisen, dann haben wir wieder eine Ausfahrgruppe, ja. Das heißt, die Züge würden zum Beispiel in den südlichen Teil, äh, würden dann von hier oben reinfahren, kommen dann hier an, bei der Einfahrgruppe, und dann werden die ja jeweils dort auseinander, äh, gekuppelt, wo neue Züge entstehen sollen. Und dann werden die ja über den Ablaufberg, über den Ablaufberg runtergeschuckt, und dann werden jeweils die Waggons auf den Gleisen hier verteilt. Und falls der Zug dann fertiggestellt ist, würde dann mit der Rangierlog, wenn ich es richtig verstanden habe, dann mit der Rangierlog hier in die Ausfahrgruppe geschoben, und von dort wird dann wieder eine Elektrolok angehängt. Genau, so läuft es bei einem normalen Ablaufberg, aber wie gesagt, das kann man so nicht in Transportfieber realisieren. Vielleicht irgendwann mal, äh, wenn Transportfieber neue Funktionen, äh, veröffentlicht oder sonst irgendwas, aber bislang ist es nicht möglich. Deshalb werde ich wahrscheinlich nur so einen kleinen Rangierbetrieb rein, rein machen. So, wer, äh, Google Earth mal gern aufmachen möchte, diese Weichen hier sind wirklich nach dem Original gebaut. Das heißt, da ist nichts irgendwie frei erfunden, sondern da ist jede einzelne Weiche ist, wie gesagt, nach dem Original gebaut. Genau, hier der nördliche Teil, da habe ich noch gar nicht angefangen, ähm, da sehen wir hier auch, äh, die Einfahrgruppe und hier das, äh, Verteilerstück in der Mitte, ähm, und dann würde hier so schräg, in diese Richtung würde noch die Ausfahrgruppe entstehen, und dann würden, dann würde jeweils ein Gleispaar Richtung Kalk führen und einmal in die Südumfahrung von Köln. Dann haben wir hier die Steinstraße, äh, das ist, äh, ab da, wo die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main beginnt, ähm, das heißt, wir haben hier unsere normalen, unsere normale Überführung auf die Schnellfahrstrecke und ab hier fahren dann die Fernzüge, besser gesagt, der ICE 3, ähm, der Valero D, den gibt's aber leider noch nicht, die würden ab hier auf der Schnellfahrstrecke in der Mitte fahren. Alle anderen Linien, wie zum Beispiel die ICE-Linie über Wien, die fährt über die, äh, über die linke Rheinstrecke runter, über Koblenz und Mainz nach Frankfurt. Genauso wie, ich glaube, eine ICE 1, also, die Linie, die mit dem ICE 1 bedient wird, die fährt, glaube ich, auch über die linke Rheinstrecke. Bin mir da aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ist es. Und, äh, natürlich alle Intercities führen auch darüber. Genau, hier haben wir, wie gesagt, die Einführung dann auf die Schnellfahrstrecke, ab hier ist es dann 6-gleisig mit folgender Aufteilung, in der Mitte die Fernzüge, rechts haben wir hier den Güterverkehr und auf der Seite ist S-Bahn und Regio gemischt. Kommen wir hier nun zu dem Haltepunkt Ports-Wahn, nicht wundern wegen den Dächern hier, die habe ich einfach mal, äh, nee, Quatsch, sorry, das ist nicht Ports-Wahn, das ist nur Ports am Rhein. Genau, Entschuldigung. Die Dächer habe ich einfach mal platziert, damit ich weiß, dass in echt auch hier die Dächer sind, damit ich etwa einschätzen kann, wo ich die Züge halten lasse. So, nicht wundern, auf der Schnellfahrstrecke sind wirklich überhaupt keine Signale gesetzt. Ähm, brauchen wir später auch nicht, weil dort im Grunde so wenig Linien fahren, ähm, dass wir wirklich erst ab hier ein Vorsignal brauchen und ab da vorne, wo dann die Überleitung von dem Flughafen wieder reinkommt. Das heißt, das sind, glaube ich, knapp, ich weiß nicht, 5 Kilometer oder so, wo kein Signal ist, äh, das heißt, das muss ich später auch irgendwie gut eintakten mit den Linien. Ja, werden wir sehen, ob das alles so klappt. So, was mich im Stream extrem viel Zeit gekostet hat, ist diese Baustelle hier. Ja, wir haben hier, äh, die Einführung der S-Bahn wieder in die S-Bahn-Strecke. Okay, wir unterqueren erstmal die Hauptstrecken und müssen dann auch sozusagen noch hier diesen Übergang unterqueren. Und das war, das wollte er, das wollte er überhaupt nicht, weil die Flying Junction hat eine Kollision nach unten. Das heißt, es hat mir immer, es ist mir immer hier mit dem Tunnel kollidiert. Und bis das alles so funktioniert hat, wie es sollte, das hat, das hat ewig gedauert. Ich bin wirklich im Stream fast ausgerastet. Normalerweise, äh, wenn ihr das Bauwerk anguckt, ist das, äh, ein doppelstöckiges, eine doppelstöckige Flying Junction. Das heißt, hier würde eine drin sein, ähm, das ist auch mit einer Flying Junction gemacht. Und diese Überführung über dieses Gleis wird, wäre auch mit einer Flying Junction gemacht. Das geht alles so im Spiel nicht, das muss ich alles, äh, selbst bauen. Ich habe jetzt hier unsere bekannte unsichtbare Brücke gebaut und da wird später das Ganze so ausdekoriert, ähm, wie als ob jetzt hier auch ein, eine Flying Junction stehen würde. Dann haben wir jetzt hier Ports Waren. Ja, hier ist die Einführung vom Flughafen. Das ist hier hinten. Ich habe auch hier diese Dead Ends mit eingebaut. Das darf natürlich nicht fehlen, logisch. Dann haben wir hier hinten die, ähm, das müsste, glaube ich, die A4 wieder sein, die hier oben drüber geht. Nein, das ist die A59, Entschuldigung. Das ist jetzt hier die A59, die hier über die Strecke wieder rüber geht. Und, äh, ja, das ist dieses ewig lange Geradestück zwischen Ports Waren und, äh, Drozdorf. Äh, nicht wundern, was das hier ist. Ich habe hier auch beim Stream aufgehört, hier zu bauen. Und dann habe ich eine kleine Wendeschleife eingebaut, wo aktuell schon ein Zug fährt. Einfach bloß, um mal zu gucken, wie die Strecke so ist. Und ich wollte die natürlich jetzt nicht irgendwie wegschmeißen und habe die einfach hier mit reingebunden und habe natürlich die sechstgleisige Strecke weitergebaut. Das heißt, äh, dieser ganze Bogen hier kommt natürlich nachher weg. Dann haben wir hier nun den Bogen bei Spich. Hier haben wir immer gewohnt, äh, wo wir zur Gamescom gegangen sind. Das heißt, wir sind immer hier bei Spich eingestiegen. Ja, was soll man sagen? Es ist halt immer an der Haupt-, es ist halt hier direkt an der, an der Hauptstrecke. Das heißt, wenn du hier auf dem Bahnsteig stehst, fahren teilweise hier die ICs mit 200 Sachen dran vorbei. Das ist echt cool. So, wir kommen nun zu Drohsdorf. Drohsdorf hat ja, glaube ich, ähm, schon, das ist schon ein bisschen länger her, diese, äh, diesen Tunnel von Drohsdorf bekommen, damit die Fernzüge ungehindert, ähm, ihren Weg passieren können. Äh, denn wie ihr seht, hier oben ist einiges an Weichen, hier ist einiges an Überführung und, äh, damit das wahrscheinlich ungehindert, äh, bleibt, haben die hier einen Tunnel gebaut. Das sieht noch ziemlich neu aus. Ich bin jetzt gerade leider nicht informiert, wann der gebaut wurde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass früher die Strecke einfach, ähm, äh, oberirdisch war und, dass man das dann einfach runtergesetzt hat, gerade um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten. Nicht wundern, hier kommen später noch, äh, Wände hin. Das wird alles ein bisschen ausdekoriert. Ich bin, wie gesagt, jetzt erst dabei, äh, die ganzen Strecken zu bauen und dann wird es später selbstverständlich ausdekoriert. Genau. Dann kommen wir hier nach hinten. Hier kommen noch ein paar, äh, Gütergleise hin. Für was die sind, bitte nicht fragen. Ähm, auf Google Earth stehen da jetzt überhaupt keine Wagen rum. Ähm, ja, mal schauen, ob ich da später welche hinpacke. Dann haben wir hier diesen, eine Güterabstellung. Und nun hier der Trostdorfer Bahnhof. Hier in der Mitte fahren dann später die Fernzüge. Und auf diesem rechten Gleis, äh, fährt dann alles, was Richtung Bonn-Beul runterfährt. Und auch die S-Bahn, die hier endet, das müsste die S-13 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die endet nämlich hier in Trostdorf. Fährt dann hier hinten auf eins von den zwei Abstellgleisen. Und würde dann hier wieder auf diesem Bahnsteig rausfahren. Das werde ich später auch sicherlich so machen. Äh, denn, was natürlich so ist, im echten Verkehrsplan wird natürlich von mir auch umgesetzt. Dann haben wir hier hinten den normalen Regio, äh, Bahnhof. Dort fährt die S-19 und der RE-9 weiter. Ähm, bis Siegburg. Siegburg ist, glaube ich, etwa hier. Und wenn wir dann in Siegburg angekommen sind, dann hört die Strecke auch leider schon auf. Genau. Das ist der aktuelle Stand der Karte. Falls es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalten würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Ciao.